Schnecki hat eine Schnecke am Hacken. Jetzt sind wir in Schatzfeld, und zwar bei dieser Höhlen Steinkirche. Und wollen mal gucken, was hier so läuft. Hoffentlich kriegen wir keinen nassen Arsch. Das erste Mal wieder am Film, seit ich aus dem Krankenhaus gekommen bin. Und ich hoffe, es macht viel Spaß.